Herzlich willkommen bei einer weiteren Besichtigung der Mr. Immo GmbH. Wir sind heute im 17. Bezirk in Wien. Der 17. Bezirk erstreckt sich ja vom Gürtel bis raus nach Dornbach, hat sehr unterschiedliche Vierteln und hier sind wir sehr zentral im Herzen sozusagen des 17. Bezirks. Verkehrstechnisch sehr gut angebunden, eine sehr urbane Gegend mit vielen Geschäften und Lokalen in unmittelbarer Umgebung, Supermärkte, alles lässt sich hier wunderbar fußläufig erreichen. Es gibt auch Schulen und öffentliche Einrichtungen direkt hier in der Umgebung. Also eine sehr gute Wohn- und Familiengegend. Die Wohnung hat 70 Quadratmeter und drei Zimmer. Wir sind hier im zentralen Wohnzimmer. Die Wohnung ist vorne und hinten komplett hofseitig ausgerichtet, dadurch sehr, sehr ruhig. Hier sehen Sie den schönen Blick aus dem Hinterhof auf ein schönes Backsterngebäude und eine Kirche sieht man auch. Die ganze Wohnung ist sehr freundlich, sehr hell, sehr sonnig. Sie haben am Vormittag und am Nachmittag immer wirklich ein sehr schönes Licht in der Wohnung. Die Wohnung wurde frisch renoviert. Es wurde ausgemalt, neue Böden verlegt, das Badezimmer neu gestaltet. Das heißt, hier können Sie einfach Koffer packen und einziehen. Was mir persönlich an Altbauwohnungen sehr gut gefällt, ist der oft etwas besondere Schnitt. Er gibt sich oft aus Zusammenlegungen von Wohnungen oder Erweiterungen, die im Laufe der Jahrzehnte stattgefunden haben. Hier auch. Diese Wohnung bestand früher aus mehreren Einheiten, wurde dann zusammengelegt. Und so haben wir ein zentrales, großes Vorzimmer, in dem sich auch die Küche sehr gut einbauen lässt. Auch genügend Platz noch für einen Esstisch wäre. Das heißt, Sie haben diese Bedürfnisse zentral und von dort ausgehend erreichen Sie dann die Zimmer alle. Das heißt, hier sind wir im Wohnzimmer. Sehr schön hofseitige, sonnige Ausrichtung. Und vom Wohnzimmer kommt man dann in ein weiteres, kleineres Zimmer, das sich sehr gut als Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Arbeitszimmer eignen würde. Auch hier eine sehr schön ruhige Hofausrichtung. Hier vom Wohnzimmer zurück kommen wir ins Vorzimmer, das wie gesagt genügend Platz für einen Esstisch oder auch die Küche lässt. Von hier betritt man auch das Badezimmer. Vom Vorraum kommt man dann schließlich auch in das dritte Zimmer der Wohnung. Auch eine gute Größe, sehr gut als Schlafzimmer, Arbeitstimmer, auch Kinderzimmer geeignet. Alles lässt sich hier verwirklichen, auch durch die gute Hofruhlage, auch bestimmt in der Nacht sehr ruhig. Wir sind jetzt am anderen Ende der Wohnung, wie Sie vorhin gesehen haben, die vordere Seite ist sehr schön sonnig. Es ist jetzt um die Mittagszeit, da kommt die Sonne sehr schön auf die andere Seite der Wohnung. Aber auch hier, durch die hohe Stockwerklage, wir befinden uns hier im dritten Stock, ist es immer sehr schön freundlich. Auch hier dieses Zimmer, reine Hoflage, das heißt hier auch in der Nacht angenehme Ruhe. Also wie gesagt, die Wohnung hat drei Zimmer, 70 Quadratmeter, dritter Stock im Altbau, ist sehr schön hergerichtet und immer sehr freundlich und hell. Als kleines Zuckerl hat die Wohnung vorne vom Vorzimmer aus zu betreten auch noch einen kleinen, etwa zwei Quadratmeter großen Balkon, auch südseitig ausgerichtet. Immer sehr schön freundlich hell. Wenn Sie Interesse an dieser sehr schönen, hellen, freundlichen Familienwohnung haben, dann rufen Sie mich wie immer jederzeit gerne an. Meine Kontaktdaten finden Sie unter diesem Video.